Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums an diesem zweiten Advent abends. Das ist ganz großartig, ein so volles Kino zu sehen. Das spricht sehr für Ihren Geschmack, denn Sie haben sich einen der herausragenden Filme des aktuellen Jahres ausgesucht. Der hier heute dann auch bei uns auf der Leinwand zu sehen ist. Ich freue mich auch sehr, dass wir Gäste haben. Die stelle ich Ihnen aber gleich vor. Zunächst nochmal kurz zu dieser Reihe an sich, was tut sich im deutschen Film. Seit 2005 zeigen wir hier einmal im Monat ein aus unserer Sicht herausragendes aktuelles Kinowerk gemeinsam mit EPD Film, Deutschlands führender Fachzeitschrift, die hier in Frankfurt sitzen. Rudolf Warschicht, der das mitgegründet hat, die ganze Reihe ist hier, langjähriger Leiter von EPD Film. Und Ulrich Sonnenschein, Sie kennen ihn vom Hessischen Rundfunk auch, wird nachher das Gespräch führen. Und ich freue mich sehr, dass wir auch noch einen Partner dabei haben mit dem Steigenberger Frankfurter Hof, wo der gute Tim heute unterkommen darf. Das ist eine tolle Location, freuen wir uns auch sehr. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach sagen, es war dieses Jahr der deutsche Beitrag bei den Filmfestspielen in Venedig. Und das ist wirklich was Ungewöhnliches. Da war schon lange kein deutscher Film mehr dabei. Und es ist großartig. Wir werden jetzt nicht nur den Regisseur hier haben, sondern auch noch den großartigen Filmmusiker, der hier um die Ecke kommt, aus Offenbach. Also begrüßen Sie Diego, Ramos, Rodriguez und Tim Gröger. Kommt zu uns nach vorne auf die Bühne hier in Frankfurt. Schön, dass ihr da seid. Euer Applaus. Und eure Mikros, bitteschön. Ich muss zu Diegos Verteidigung sagen, das ist ja kein gebürtiger Offenbacher. Pardon, wenn ich jetzt... Diego, dann sag vielleicht gerade mal, wie wird man denn Filmmusiker und wie ist das hier im Rhein-Main-Gebiet, sich das so durchzusetzen? Das wüsste ich jetzt, denke ich, gar nicht. Denn die Zusammenarbeit mit Tim ist sehr, sehr toll. Aber es ist in einer komischen Ecke angefangen. Und zwar nicht über die Filmmusik, sondern tatsächlich über die Avantgarde, über die neue Musik. Das war unser erstes Projekt hier in Frankfurt, beziehungsweise in Hanau sogar, mit dem Ensemble Modern zusammen. Da haben wir so einen Kurzmusikfilm gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Eigentlich war es so ein Kompositions-Workshop mit Film, würde ich sagen. Und da haben wir uns kennengelernt und seitdem haben wir uns unterhalten. Ich habe euch gerade auch durch die Ausstellungen hier geführt im Haus und ich muss wirklich einfach mal sagen, es ist toll, mal Filmschaffende hier zu haben, die wirklich ein so großes Interesse auch an Filmgeschichte haben. Ihr kennt wirklich extrem viel. Man hört es jetzt auch schon so raus an euren Ansätzen. Aber erzählt mal vielleicht, Tim, wo kommt das bei dir her? Wo startete das, diese Filmliebe und dass du dich so reingewühlt hast in die Filmgeschichte? Ich fühle mich überhaupt nicht als Filmexperte, geschweige denn filmhistorischer Experte. Es kommt natürlich, wenn man auf dem Land lebt und Filme machen möchte. Wo? Eiderstedt. Hier ist gerade auch eine alte Schulkamerade. Habe ich gerade getroffen, seit 20 Jahren nicht gesehen. Eiderstedt ist Schleswig-Holstein, das ist die Nase an der Nordsee. Da ist nix. Sankt Peter Ording, Gegen den Wind, war so eine Serie damals. Nee, ich wollte irgendwie immer, oder ich war so filminteressiert, aber es gab jetzt nicht so viele Leute, mit denen man das teilen konnte. Oder man konnte jetzt nicht Praktika machen bei irgendeiner Soko-Produktion oder so. Keine Ahnung. Und dann habe ich mit Lego-Figuren angefangen und dann habe ich das Öffentlich-Rechtliche so konsumiert. Alles, was so ab 25.30 Uhr lief, war ja filmhistorisch meistens. Und da konnte man sich so ein bisschen was zusammensuchen. Und dann über die Jahre sammelt sich halt dieser Kanon, wenn man an Filmschulen geht. Ich war in Dänemark an einer Filmschule in Ludwigsburg später, ganz lange. Und da kommt natürlich was zusammen. Uli wird nachher auch drüber reden, sicherlich auch über Zerrumpelt Herz, der schon ein ganz toller Einstieg war, 2014 von dir. Und ja, aber jetzt vielleicht noch kurz, bevor wir loslegen, die Reise begann von diesem Film in Venedig. Erzählt uns mal ein bisschen, wie war das als deutscher Beitrag? Es war ja schon ein bisschen wie, für Deutschland da mal wieder anzutreten. Wie habt ihr es wahrgenommen, dieses Festival-Erlebnis? Also ich fand es innerdeutsch ganz interessant, Daniel Kotenschult, den Filmkritiker, hatte, glaube ich, bei der Pressekonferenz von Venedig, also es rauskam, dass wir da laufen sollen. Wir wussten das natürlich. Aber die meisten in Deutschland wussten weder, was das für ein Film ist, noch wer ich war oder bin. Das ist, glaube ich, auch jetzt immer noch so, aber weniger. Und Daniel Kotenschult schrieb nur so, Tim Kröger läuft, Tim wer? Ja, wir haben so wirklich jahrelang an diesem Film gebastelt, so mehr oder weniger im Hintergrund, tatsächlich bedacht von deutschen Förderinstitutionen, wo ich mich wenig beschweren kann. Wir hatten sogar ZDF-Arte dabei und ORF und Schweizer Rundfunk. All diese Sachen, die mir an der Filmschule noch schwer bis unmöglich erschienen, sind für diesen Film zusammengekommen und gelungen. Es war ein Stück Liebe und Traum, ganz lange gehegter Traum, diesen Film zu machen. Und es ist natürlich ein merkwürdiger Film. Und ich hatte das Gefühl, dass die Venezianer das honorieren, bevor es die Deutschen taten. Und jetzt können wir hier nach Hause kommen mit diesem Lorbeerblatt obendrauf. Also wir haben jetzt keinen Preis gewonnen, aber ich finde, allein schon da zu laufen, ist ein Auszeichen. Nach Hause kommen ist das Stichwort. Wir werden nachher dann ins Gespräch kommen, auch mit Ihnen logischerweise. Wir werden uns dann auch noch zur Musik austauschen, dass Sie sich nicht wundern. Diego wird dann erstmal im Publikum Platz nehmen und dann zum Thema Musik mit einsteigen. Aber jetzt an dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr schon mal da seid. Großen Applaus, Tim Kröger, Diego Ramos-Rodriguez und vielen Vergnügen mit der Theorie von allem. Euer Applaus. Diego nimmt erstmal im Publikum Platz ein. Ich hoffe, wir kriegen auch noch Licht gleich, jawohl. Und Ulrich Sonnenschein wird das Gespräch führen. Nur, dass Sie auch schon mal wissen, wie das Ganze abläuft. Die beiden werden erstmal unter sich eine Weile reden und dann öffnen wir das auch fürs Publikum. Dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Und Felix, wenn du das hörst, vielleicht könntest du uns noch Wasser besorgen für die beiden. Und Uli, dann übernimm du an dieser Stelle. Hallo erstmal, genau. Ja, vielen Dank, dass Sie noch da sind und uns zuhören werden. Ich fange einfach mal am Anfang an von diesem Film. Er beginnt mit einer etwas merkwürdigen Talkshow aus den 70er Jahren. Der Moderator versucht krampfhaft das Ganze in eine witzige Ebene zu bringen, die aber für Johann todernst ist. Johannes. Johannes, wie Johannes todernst ist. Warum dieser Vorspann und vor allen Dingen in Farbe, in diesen 70er Jahre verwaschenen Orangefarben? Ganz schön, weil ich jetzt auch hier sitze vor so einer roten Wand und mich irgendwie erklären muss für innere Vorgänge, die nach außen nicht unbedingt transparent erscheinen. Warum? Ich hatte so, keine Ahnung, diese 70er Jahre Talkshows, je später der Abend und so, das fand ich ganz fantastisch. Und es war eine Idee von meinem Drehbuchautoren, so eine Rahmenhandlung da reinzubringen, weil dieser ganze Stoff ja irgendwie auch ganz viel mit mir zu tun hat. So ein introvertierter, verspinnerter, irgendwie emotional verklemmter Typ erlebt er jetzt Fantastisches und niemand glaubt ihm. Das kann man ja ganz toll erzählen in so einer medialen Rahmung. Es ist aber gar keine Rahmung, es ist ja nur ein Vorspann, sonst müsste es am Ende nochmal kommen. Ja, aber es wird ja inhaltlich zumindest aufgegriffen, dass Johannes in so einer Welt landet, wo das, was wir wissen, was ihm zugestoßen ist, ist ihm nicht, oder fundamental wird ihm das nicht geglaubt und er findet sich in einer Welt wieder, wo er irgendwie Unrecht hat. Und das ist ja so ein bisschen das Gleiche. Ja, wobei diese mediale Rahmung, also diese Talkshow natürlich kein Ort ist, wo er irgendwie auch nur im Ansatz seine Thesen erklären könnte. Der Filmbrot stand ins Jahr 62 zurück und damit ins Schwarz-Weiß. War das dir von Anfang an klar, dass du diese Geschichte nur würdest in Schwarz-Weiß erzählen können? Ja, das kam so mit der Idee mitgeliefert. Ich wollte nach meinem ersten Film, der war in Farbe, spielte 1929, da ging es um Musik und so einen verschwundenen Komponisten. Und dann dachte ich, ich mache jetzt den nächsten Film. Das war auch so eine Idee von uns, dass wir am Ende drei Filme machen, die irgendwie das 20. Jahrhundert umspannen. Das zerrumpelte Herz hast du ja übrigens. Ja, das zerrumpelte Herz. Aber es ist egal, dieser Film lief damals in Venedig in der Kritikerwoche. In Deutschland lief der nicht im Kino und wir waren auch nie darauf aus, dass wir da jetzt eine Fortsetzung draus machen. Also wie ich immer sage, wenn Sie den Film jetzt nicht verstanden haben, liegt es nicht daran, dass Sie meinen ersten Film nicht gesehen haben. Das ist nicht der Grund. Aber es war so ein bisschen von der Genese her, im ersten Film ging es eben um Musik, spätromantische Musik, Naturmystik, so ein dunkler deutscher Wald. Und wir haben das dann variiert und weitergetrieben in die 60er Jahre. Und da hatte ich die Idee, der Film muss die Theorie von allem heißen, der ist schwarz-weiß, da gibt es Skifahrende Physiker und ein Schweizer Hotel und ein dunkles Geheimnis darunter. Und das kam so innerhalb von Sekunden und dann haben wir Jahre daran geforscht, wie man das als Film aufreien könnte. Ich wollte eigentlich erst viel später drauf kommen, aber wenn du es jetzt schon erwähnt hast, die Abfolge, also Johannes Leinert ist irgendwie der Enkel von Paul Leinert, der damals… Alles egal, alles egal. Aber er ist jetzt unsere Hauptfigur der Bildungsreisende, wie Hans Castorp im Zauberberg. Aber wie hängt er denn an Paul Leinert? Das finde ich schon interessant. An der alten Hauptfigur. Ja, ich mag nicht gerne drüber reden, weil den Film hat ja keiner gesehen. Aber es ist ja… Also im ersten Film reist ein Musiklehrer namens Paul Leinert an, um einen Komponisten zu treffen in einem Wald, einem sehr deutschen Wald. Der soll da in so einer Waldhütte leben und hat eine neue Partitur geschrieben. Aber dieser Komponist ist nicht da und er ist erstmal verschwunden. Das ist dann so eine Tarkowski-Mystery-Geschichte. Und dann laufen die da durch den Wald, er und seine Frau und noch so ein Studienkollege und die suchen diesen Komponisten. Der taucht irgendwann tatsächlich auf, redet aber kein Wort. Und dann gehen die in die Stadt und versuchen so einen Arzt zu holen. Und die Frau von dem Paul Leinert bleibt zurück und pflegt den irgendwie. In so einer Klaus-Teweleit-Wassertriff-Dampf-Sex-Szene entsteht tatsächlich dieser kleine Johannes Leinert, den wir am Ende des Films dann als kleinen Jungen sehen, der dann irgendwie die Melodie von diesem verschwundenen Kommunisten pfeift. Und dann dachten wir, ja jetzt, im nächsten Film wird der Physiker. Und wie gesagt, wir wollten nie voraussetzen, dass man meinen ersten Film gesehen haben muss. Es ist auch tatsächlich nicht der Fall, aber es gibt diese Verbindung. Und dann wollten wir das so variieren, mit Physik eben dieses Mal. Und wenn wir es jetzt geschafft haben, dass zumindest die Hälfte der Leute, die hier sitzen, sich diesen ersten Film angucken, dann haben wir viel erreicht. Den gibt es leider nicht erhältlich. Das war mein Abschlussfilm und der ist bei meinem Vimeo-Kanal zu sehen, wenn man mir schreibt. Ja, immerhin. Es gibt immer Wege. In diesem Film spricht auch mal jemand von der Abwesenheit von Farbe. Also es wird auch in Worte gefasst. Ja, das ist ja so ein Metawitz irgendwie. Es hat aber auch damit zu tun, dass man, wenn man dann so Förderinstitutionen, man schickt denen ja Ellen, also so hunderte Seiten von Papieren, warum dieser Film und warum nicht anders und so weiter. Und dann muss man so rationalisieren, warum ist der Film schwarz-weiß. Und für mich war das eigentlich eine intuitive Entscheidung. Wie gesagt, die Idee kam schon in schwarz-weiß. So eine Art Edgar Wallace, Erich Kästner, Pastiche, trifft auf Hitchcock. Das war halt schwarz-weiß, das ging nicht anders. Und später muss man das aber erklären und dann sagt man so, da geht es um Licht und Schatten oder um Leben und Tod, Film, Klaviere kommen vor, quantenmechanische binäre Zustände oder so ein Quatsch. Aber ich weiß, also ich finde das so filmstudentisch, wenn man Dinge so mit einer einfachen Argumentationslinie herbeirationalisiert. Das funktioniert für mich nicht. Ein Film ist schwarz-weiß, weil er so gehört. Warum das so ist, sollen andere vielleicht verstehen. Das kann ich nicht gut erklären. Okay, dann versuchen wir es mal mit der Musik, weil das ist auch direkt am Anfang sehr relevant. Denn diese Musik, die den schwarz-weißen Teil einleitet, klingt auch wie Musik aus einer anderen Zeit und auch aus einem anderen Genre. Nämlich aus so einem Abenteuer, Thriller, ich weiß nicht, Mystery-Film. Ich finde das ganz toll, weil die Frage hatte ich schon bevor ich wusste, dass du kommst, dass du das jetzt selbst beantworten kannst. Diego Ramos Hallo Wie hast du diese Musik erarbeitet? Hast du ganz viele alte Filme geguckt? Ja, das zum Teil, ja natürlich, klar. Ich bin auch mit dieser Musik aufgewachsen, mit Filmen aufgewachsen. Wir haben uns jahrelang unterhalten über Film und Filmmusik. Wir haben uns unsere Lieblingsstücke hin und her geschickt. Das ist tatsächlich meine erste Filmmusik. Ich schreibe ansonsten Konzertmusik, Avantgarde-Musik, neue Musik, auch fürs Theater zum Teil. Und ja, das waren so eben, ich denke auch wie der Film, so halbe Erinnerungen, wie diese Musik klingen soll. Oder nicht wie sie klingen soll, sondern wie sie sich anfühlen soll. Weil klingen tut sie heutzutage anders als damals. Genau. Obwohl sie so auf dem Notenpapier gleich aussieht. Und insofern war es mehr gefühlt als gehört, denke ich. Und ja, das ging natürlich jahrelang hin und her, ohne dass wir jemals ein Bild gesehen haben. Oder mal eine komplette Drehbuchphase. Und ohne, dass Tim mal eine Note von mir gehört hat. Das ging ganz lange so. Und das hat sich dann aber am Ende, natürlich nach dem Interesse sehr, sehr beschleunigt. Und da haben die Bilder, und da war ich selbst davon überrascht, weil ich dachte von mir, ich reagiere viel stärker auf Klänge als auf Bilder. Und ich war von mir selbst überrascht, wie stark die Bilder vom Film, auf mich gewirkt haben. Und dieses Gefühl für die Klanglichkeit vom Orchester mich davon geprägt hat. Und wie ich dann quasi die für den Film richtigen Assoziationen quasi für mich selbst gefunden habe, in meinem sozusagen Handwerk als Komponist. Und da habe ich ganz, ganz viel entdeckt, wie man auch so eine Filmmusik heutzutage schreiben kann, die aber trotzdem nach so 50er Jahre Filmmusik klingt. Das Tolle an diesem Film ist ja, dass er in den Mitteln der Zeit über eine Zeit redet. Also mit den Mitteln der 60er Jahre über die frühen 60er Jahre. Und hast du den Film ohne jede Musik gesehen und hast dann entschieden, wie stark Musik vorkommen darf? Weil heute ein Film mit so viel Musik, absolute Ausnahme. Die meisten Filme sind sehr viel sparsamer. Wie habt ihr das verhandelt? Ich denke, das waren eben die Gespräche, die wir gehabt haben am Anfang. Es ist viel Musik da, sehr, sehr viel Musik. Es ist Orchestermusik, diese bestimmte Ästhetik. Und das haben wir so in engem Austausch gemacht, wo Musik vorkommt, wo nicht vorkommt. Ich denke, manchmal habe ich dir gesagt, ey, für diese Szene vielleicht mal keine Musik. Aber ich muss auch gestehen, wir haben etwas gemacht, was man nicht machen soll. Nämlich haben wir einen Rohschnitt gehabt, der zugeklatscht war mit vorexistierender Filmmusik. Also alles, was der Instinkt und andere Leute einem sagen als Filmregisseur ist immer, auf keinen Fall darfst du deinem Komponisten so vorexistierende Musik in den Rohschnitt klatschen, weil der musste ja dann irgendwie da rankommen und dieses, was auch immer, Niveau erreichen. Aber es war für uns ein Kommunikationsmittel, weil du dann ja auch in ultra-knapper Zeit schreiben musstest. Und du hast irgendwie geschafft aus diesem, also da war Bernard Herrmann drin, da war schon Paul Misraki, Trevor Duncan, die LRGT geschrieben hat. Und quasi die beste Filmmusik überhaupt, die ich je gehört habe, war in diesem Film und der funktionierte so halbwegs. Und du hast ihn dann wirklich zum Funktionieren gebracht innerhalb von kürzester Zeit. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass das aufgeht. Und das war ein Verzweiflungstat meiner Meinung nach. Wie schwierig ist sowas, sich darüber hinwegzusetzen über Bernard Herrmann? Das ist unmöglich, natürlich. Am besten man klaut die Musik einfach. Vielleicht hat man es ein bisschen gehört. Nee, ich denke, das hat sich sehr gut ergänzt, dass wir darüber sehr, sehr lange gesprochen haben und dass ich vor dem Dreh dreihalbe Ideen hatte, die tatsächlich dann sehr, sehr oft im Film vorkommen, so im Rohzustand. Aber das hat mir tatsächlich sehr, sehr geholfen, dass wir mit Musik, durch Musik, über Musik kommunizieren konnten. Das darf man nicht machen, vielleicht weiß ich nicht, ob man es nicht macht. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, weil ich auch am besten auf Musik, mit Musik reagiere, weil ich ja im selben Medium bin. Und ich weiß nicht, ob man die Musik ignoriert, verbessern kann man sie nicht. Bernard Herrmann kann man ja nicht verbessern oder verändern oder so auf eine Art. Aber man kann doch versuchen, daraus was Eigenes zu machen oder darauf zu reagieren oder so. Und dann sind dann das Gute, dass das Publikum dann die Vorbilder dann nicht direkt hört, sondern vielleicht dann imaginiert oder sich vorstellt oder was auch immer. Was mich dann immer auch sehr freut, ehrlich gesagt. Und die Menge der Musik, war dir das wichtig, dass dieser Film quasi von einer Welle von Musik getragen wird? Ich glaube, das wollten wir beide. Und ich wollte dieses überkandidelte, pathetische, diese Musik, die einen so anschreit. Und wie Diego sagt, die funktioniert halt nicht so wie zu Hitchcock-Zeiten, weil wir sind ein anderes Publikum. Aber die fordert auch eine Emotionalität von uns ein, die wir noch gar nicht zu geben bereit sind. Das ist fast so ein bisschen so ein postmodernes Projekt, also wie die Musik den Film ergänzt, unterwandert, uns anschreit. Was ich an alter Filmmusik so interessant finde, ist, dass sie, glaube ich, zu den besten Zeiten in der Lage war, so ironische Distanz und echtes Gefühl gleichzeitig zu erzählen. Und genau sowas wollte ich im Heute. Und dann passiert natürlich was Neues, was wir vorher nicht wussten, was passieren würde. Weil auch wenn der Film ostentativ so daherkommt, als könnte Hitchcock ihn vielleicht gemacht haben. Oder Louis Franker. Das sage ich in aller Ehrerbietung und im Bewusstsein dafür, dass das natürlich nicht so ist. Aber wussten wir nicht, wie das wirken wird auf einen heute. Aber das hat mich interessiert und uns, glaube ich. Und deswegen ist der Film voll davon. Das war mein großer Traum. Und es gibt so nette kleine Anspielungen, die Modelleisenbahn am Anfang zum Beispiel, dass man auch die Tricktechnik der 60er Jahre nochmal aufgreift. Warum musste der Film in der Schweiz spielen? Ist das der Ort, wo physikalische Experimente à la CERN hingehören? Ja, so eine Assoziation gibt es. Man hat so eine James-Bond-Assoziation. Ich komme aus Norddeutschland. Ich war, als ich den Film anfing zu schreiben, nie in der Schweiz. Kannte nur Christian Kracht. Kannte so... Also das ist dann so exotistisch so ein bisschen. Die Schweiz als Blackbox, als so ein mysteriöses Land, wo komische Dinge passieren, Zauberberg vielleicht. Und dann, wir haben den Film größtenteils in Österreich gedreht und die österreichischen Förderer waren dann so, ja, aber warum schreibt ihr dann nicht den Film nach Osttirol? Und ich fand irgendwie Physiker-Kongress in Osttirol, das klingt anders als Physiker-Kongress in der Schweiz. Und irgendwie, also es ist kein Argument, aber alle waren davon überzeugt. Was ich sehr interessant finde, ist, was du mit den Figuren machst, mit den Schauspielern. Also Jan Bülow ist quasi für alle Udo Lindenberg und hat in diesem Film gar nichts mehr davon. Hans Zischler kriegt man, glaube ich, nicht von Hans Zischler weg, aber auch er ist in diesem Film etwas anders. Wie bist du mit den Schauspielern umgegangen und wie war die Besetzung überhaupt? Puh, ich hab da so gegraben, einfach nur, man hat so innere Archetypen, die man dann besetzen möchte. Also zumindest war das in meinem Fall so. Und die meisten Leute, die ich kenne, arbeiten so, die haben so ein ganz klares, fast auch Bild von den Figuren. Und dann macht man so Typecasting, was man eigentlich machen sollte. Man soll ja offen sein. Aber bei Hans Zischler war das so, ich wollte so einen strengen Doktorvater, der so, Hans Zischler ist gar nicht so. Das hab ich mittlerweile rausgefunden. Aber ich hab den gesehen in diesem ... Aber er kann nicht sehr gut. Ja, aber ich hab den gar nicht als Schauspieler so unbedingt wahrgenommen, sondern ich hatte ihn in dieser Dokumentation über einen deutschen Film gesehen, Auge in Auge von Hans Helmut Prinzler und Michael Altin. Und dann, da kommt er ja so, er ist ja so eine Goethe-Figur, so ein Renaissance-Mensch. Er ist ja auch so ein Filmintellektuell. Er kann zu allem reden. Und ich dachte so, wenn der genauso redet in meinem Film oder so ähnlich, dann kann er dieser Doktorvater sein. Wobei Jan Bülow zum Beispiel, da haben wir ganz lange gesucht, weil ich wollte wirklich diesen Bildungsreisenden, trifft auch so ein bisschen auf Hermann aus Die Zweite Heimat, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, der ist ja auch so ein bisschen Edgar Reitz selber, der nach München reist in den 60er Jahren, so ein Komponist, der ... Was? So halb genial, halb in Bettenfeld, so ein bisschen tölpelhaft. Das Gleiche wollte ich nicht über Jan Bülow sagen, aber ich hatte so ein inneres Bild. Und das hat sich dann verbunden mit diesem Film-Noir-Komplex, wo er so ein passiver Protagonist einer Verschwörung hinterherjagt, die er zunächst nicht ganz verstehen wird. Und das hatte auch so etwas spezifisch deutsches, was zu dieser Zeit gehörte. Und das hat mich gerührt und da haben wir ganz lange gesucht. Und erst nach Lindenberg habe ich dann zum dritten Mal Jan Bülow angeguckt und gedacht, mit dem könnte man das machen, obwohl der ein ganz anderer Typ ist. Der ist extrovertiert und dieser Johannes ist ja eher emotional verklemmt und ein bisschen anders gelagert. Also ich rede wie der Blinde von der Farbe, aber ich kann mir vorstellen, dass das einfacher zu spielen ist, wenn man extrovertiert ist, einen introvertierten Typen zu geben. Als Olivia Ross dazukam, kam dann mit ihr das Französische in den Film, weil sie ist Britin, lebt aber in Frankreich, macht viel auch französische Filme, oder war das umgekehrt? Hattest du das Französische vorher und hast jemanden gesucht, der gut Französisch kann? Ich frage nicht warum, aber diese Pianistin war Französin von Anfang an. Die sollte irgendwie Klavier spielen, französisch sein, einen vage jüdischen Hintergrund haben. Und dann kam Olivia Ross. Wir haben relativ lange geguckt und sie war aber die einzige Kandidatin. Und ich habe sie auch gar nicht gecastet, sondern sie war dann dabei und auch so eine richtige Kollaborateurin. Ich spreche zum Beispiel nicht richtig gut Französisch, also eigentlich nicht Französisch. Und sie war dann so eine Art Eigenregie für ihre eigenen Dialogteile. Und da musste ich ihr Vertrauen lernen. Und das ist, glaube ich, aber aufgegangen, so nach dem, was ich gehört habe. Du sagst, du warst beim Casting gar nicht dabei? Also Imogen Kogge, David Bennett auch? Nein, ich war dabei. Wir hatten nur kein Casting für Olivia Ross. Ich habe sie dann zu Jan Bülow eingeflogen, um zu sehen, ob die zusammen funktionieren. Ich fand es interessant, dass da so Gesichter vorkamen, die man eigentlich kennt. Imogen Kogge aus dem Tatort, David Bennett von der Blechtrommel letztendlich. Da war er noch ein kleiner Junge. Aber selbst Gottfried Breitfuß, der in dem Murnberger Wolf-Haas-Krimi einen Kommissar spielt. Komm, süßer Tod. Also man hat tatsächlich so Leute, die man wiedererkennen kann. Und manchmal tut man es gar nicht. Ja, das muss man ja auch nicht. Also bei Hans Tischer und David Bennett kann man jetzt diesen Film Historischen Edelrost so benennen. Und über den war ich natürlich auch nicht unglücklich, dass der so mit in den Film kommt. Hans Tischer hat in ungefähr 3000 Filmen mitgespielt. Und David Bennett sagt jeder, Blechtrommel, Blechtrommel, Blechtrommel. Er kann es selber nicht mehr hören. Aber auch sein Vater und diese französische Film Noir, der steckt da in diesem Gesicht drin. Und das alles so zusammenzuwerfen, hat eine unglaubliche Freude gemacht. Ich habe das alles, glaube ich, erst nicht so ernst genommen. Dann habe ich mir einfach die Schauspieler genommen, die ich gerne hätte. Und die haben komischerweise alle Ja gesagt. Kanntest du die aus Filmen zusammenhängen? Weil viele von denen haben ja eine Theatergeschichte, eine große. Oder ist das Zufall? Gottfried zum Beispiel kannte ich gar nicht. Der ist ja auch in Deutschland leider nicht so bekannt. Der spielt jetzt in Zürich, war früher Burg-Schauspieler. Das war mir alles nicht bekannt. Ich habe ihn mit Jan Bülow kennengelernt. Der hatte gerade Liebeskummer. Wir waren beide zufällig in Zürich und haben ihn dann am Fluss, haben dann Gottfried getroffen. Die kannten sich schon länger. So ein bisschen wie Johannes und Blumberg sich schon auch schon. Die mögen sich ja offenbar. So zwei Trinkkumpanen. Und dann haben wir da Gottfried kennengelernt und dann war er besetzt. So kann das auch gehen. Auf der einen Seite steht ja die Naturwissenschaft in diesem Film mit dieser Theorie der Multiversen. Also dass wir hier mit unserem Universum nicht alleine existieren, sondern unendlich viele dieser Konstruktionen existieren. Auf der anderen Seite steht die Kirche mit einem sehr eindimensionalen Weltbild. Und gerade in der Kirche begegnen sich Johannes und Karin zum ersten Mal. Ist das so ein wichtiger Ort oder ist das meine Interpretation? Wir wollten da glaube ich schon, also Roderick, mein Drehbuchautor und ich, wollten da schon so eine spirituell-transzendentale Ebene in den Film bringen. Weil für uns ist Kino auch immer Kirche. Also in Ermangelung einer funktionierenden Kirche. Die hat ja irgendwie im 20. Jahrhundert aufgehört als Narrativ für die breite Gesellschaft zu funktionieren, würde ich mal behaupten. Zumindest kann ich für mich sprechen da. Und Kino ist ein Kirchenersatz. Aber wir waren da auch so ein bisschen unehrerbietig und wollten zum Beispiel, dass Karin so raucht und sich ihre Zigarette an so einer Altarkerze ansteckt. Und dann hat der Ost-Tiroler Bischof uns fast aus diesem Laden da geschmissen. Und dann haben wir gesagt, nein, 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 die raucht natürlich nicht in der Kirche. Warum? Aber das war irgendwie klar so, von der Kirche bis zum Gewölbe muss das so gehen. Eben, als Gegenpol oder als ortgöttliche Eingebung. Also ich weiß nicht, was Sie von dem Film gehalten haben. Ich hoffe, dass der einigermaßen erfolgreich so in Balance bleibt zwischen dem Spirituellen und so rationaler Skepsis. Und ich selber habe da keine fertige Haltung zur Welt, zur Realität, zu Gott, was auch immer. Ich wollte einen Film machen, der zwischen den Stühlen ist in jeder Hinsicht. Und ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist darauf. Aber es hat damit zu tun. Ja, so ein bisschen. Das führt mich dann zu der nächsten Frage, die nämlich das Rätselhafte betrifft. Also im Prinzip ist es zerrumpelt Herz. Und auch dieser Film bestimmt von etwas Rätselhaftem, was weder erklärt werden soll, noch erklärt werden kann, wo man einfach mit umgehen muss. Also das Rätselhafte bestimmt im Grunde das Leben und nicht die Erklärung. Ja, aber so ist es ja auch im Leben, wenn wir ehrlich sind. Und man hat so eigene Narrative, die so sinnstiftend sein können. Und ich habe die vielleicht auch privat, aber ich finde es so eine Pflicht, diesen ganzen esoterischen Schicksalskram immer wieder kritisch zu beäugen und von der Seite anzugucken. So ein bisschen wie Strathen, so hier, sei still und rechne. Ja, das ist genau. Diese beiden Figuren, Strathen und Blumberg, sind ja auch im Prinzip so Vertreter dieser gegensätzlichen Positionen. Der eine ernsthaft und rechne, der andere irgendwie mit verschiedenen verrückten Ideen und der eine eben anerkannt als Physiker, der andere plötzlich Mitglied dieser dunklen Männer oder Teil dieser dunklen Männer, die komische Dinge machen. Also da sind auch zwei Gegensätze. Ja, definitiv. Das ist auch aus dem Zauberberg geklaut offensichtlich. Da gibt es ja auch Antipoden, Intellektuelle. Nicht geklaut, angespielt. Ja, so wie Austin Ways sagte, man muss immer klauen, klauen, klauen. Alles geklaut. Alles ist geklaut. Ich gebe es ja zu. Aber ganz viel, das Schöne an dem Film ist, dass viele Leute auf uns zukommen und sagen, so, ah, da habt ihr ja das kopiert. Und ich habe von dem Film normalerweise dann noch nicht gehört. Und das ist irgendwie ein gutes Zeichen, dass wir da aus so einer dicken Brühe geklaut haben und nicht so ganz spezifische Dinge, nur eins zu eins kopiert, sondern wir haben, so wie Diego auch sagte, so halb erinnerte Dinge versucht, neu zusammen zu puzzeln. Wie gesagt, geklaut sagt man heute nicht, sondern als Anspielung benutzt. Du kommst ja ursprünglich vom Dokumentarfilm. Wie hat deine Spielfilmarbeit von Dokumentarischen profitiert? Keine Ahnung. Ich kann mich an Helga Reidemeister erinnern. Ich weiß nicht, ob man die noch kennt. Eine ganz tolle Dozentin in Ludwigsburg. Für so einen puren deutschen Dokumentarfilm vielleicht steht. Ich habe ganz viel von ihr gelernt und dann habe ich diesen Diplom-Film, damals, der auch so Tarkowski-Antonioni-Ambitionen in den Bildern hatte, ihr gezeigt in der Diplom-Vorführung. Und dann, Tim, was machst du denn da? Du sperrst die Leute da in so Kastenbilder. Und das ist tatsächlich eine ganz andere Arbeitsweise. Also sie fand das furchtbar? Ja, sie fand das furchtbar und ich habe sie verstanden, weil ich habe vorher wirklich so wirklich fast puristische Dokumentarfilme gemacht, dann manchmal mit so Werner Herzog, so Fabulationselementen und dann, ich war auch immer Spielfilm interessiert, aber für mich war das eine ganz andere Herangehensweise. Was, das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, ist, dass wenn man so einen historischen Film macht, dass dieser Film bei aller Fantastik, war mir wichtig, dass die Psychologie der Figuren eine gewisse Historizität hat, die vielleicht jetzt nicht in einem Nico-Hoffmann-Fernsehfilm so vorkäme. Da, finde ich, werden oft so Fantasiefehler begangen, sodass Leute sich sehr gegenwärtig verhalten im Denken, Fühlen und Sprechen und das passt nicht zu der Art, wie ich das erinnere, aus Familienerzählungen, aus Dokumentarfilmen, aus Literatur und so. Und das ist irgendwie das Schöne, wenn man in der Zeit zurückreist, es gibt auch diesen schönen Satz, die Vergangenheit ist ein fremdes Land, die haben die Dinge da anders gemacht. Und das trifft auf diesen Film in mehrfacher Weise zu und das hat mich immer auch interessiert. Das ist der erste Satz eines wunderbaren Romans, dem mir gerade der Titel nicht einfällt. Mir auch nicht. The past is a foreign land, they do things differently. Verdammt nochmal, muss man nachgucken, ist wirklich ein toller Roman. Du hast vorhin Daniel Kurten-Schulte erwähnt, der hat über den Film Zerrumpelt Herz geschrieben, es ist wie ein lyrischer, aber dissonant gebrochener Akkord. Und das finde ich, ist hier auch wieder so. Also es hat ganz viel musikalische Struktur, es hat aber auch dieses Zerbrochene. Ist das so eine Grundlage, so eine strukturelle Grundlage deines Filmemachens? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, keine Ahnung. Also die musische Struktur auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, der Grund, warum ich Filme machen wollte, war, um Musik zu Bildern zu legen. Das ist schon das Tollste am Kino. Also mal das Stummfilm Kino aus acht gelassen, aber das ist schon das Explosive, was mich immer fasziniert hat an Kino. Also deswegen sind die Dialoge auch so reduziert hier. Sind die reduziert? Neulich hat mir jemand gesagt, die erste Hälfte des Films ist total verlabert und so pseudo-intellektueller Laberkram. Na insgesamt würde ich schon sagen, es gibt natürlich Stellen, wo Dialog stark, wo viel geredet wird, aber insgesamt hat er auf seine zwei Stunden verteilt sehr wenig Dialog. Was soll ich sagen? Musik ist dafür da, Dinge auszudrücken, die man mit Sprache nicht ausdrücken kann. Und Film kann Musik einsetzen, auf ganz verschiedenen Ebenen. Als Kontrapunkt kann karikieren, kann unterstreichen, meistens unterstreicht es nur und soll uns irgendwie an der Gurgel packen. Und hier passieren mehrere Dinge auf einmal. Manchmal subtil, manchmal überhaupt nicht subtil. Und das hat mich interessiert. Aber natürlich, wenn man einen Langfilm schneidet, muss man sich früher oder später mit musikalischer Struktur auseinandersetzen, auch bei einem Film, der keine Filmmusik enthält. Ja, weiß ich nicht, ob man das definitiv muss. Man kann ja auch Bilder aus Bildern entwickeln. Ja, aber Rhythmus. Es ist ja nicht umsonst, wenn man sich jetzt an die HFF Potsdam bewirbt. Da gibt es so Trommelkurse und so. Wenn man so schneiden möchte, das ist schon relevant. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dich interessiert auch verschwundene Menschen. Also abgesehen von Zerrumpelt Herz, wo es auch immer einen verschwundenen Menschen gibt, ist in diesem Film, Johannes verschwindet immer wieder, Karin sowieso, Julius Straten verschwindet aus der Disputation, Professor Blumenberg verschwindet gleich mehrfach und dann auch in den Tod. Also verschwundene Menschen sind interessanter als präsente Menschen. Das hat mit diesem, ich weiß nicht, ob Hitchcock das wirklich gesagt hat, ich muss das ein bisschen auskonstruieren, der hat gesagt, zeige nie das Monster, die Vorstellung des Monsters ist umso schrecklicher. Man kann genauso analog dazu sagen, Fragen sind immer spannender als Antworten. Mir persönlich geht das so, wenn ich so einen Thriller gucke, wenn am Ende alles aufgelöst wird, dann geht es nur noch um Gut gegen Böse und so eine logistische Frage, wer gewinnt jetzt. Aber die Frage, die sich vorher stellt, nämlich was geht hier eigentlich vor, ist so ungleich größer und mysteriöser und abgründiger. Und das war so ein bisschen das Projekt, was sich ja auch frustrieren kann bei diesem Film für manche Leute, aber ich wollte wirklich einen Film, der diese Fragen größer macht und nie ganz beantwortet. Auch wenn ich natürlich für mich selber eine ganz einfache Antwort darauf habe, was da eigentlich vor sich geht. Aber das Tragische ist jetzt natürlich, dass ich diesen Film selber nicht gucken kann, weil ich diese Fragen nicht habe, sondern nur sie können den gesehen haben und alle Menschen haben so ihre eigene Interpretation, was da passiert. Manche brechen dann, während man den Film guckt, zusammen die eigenen Theorien, weil die nicht zu denen passen, was dann passiert und so weiter. Aber genau das war das Projekt und natürlich ist das ein Film, den man beim ersten Mal unmöglich ganz verstehen kann. Das würde ich sofort unterschreiben. Und wenn die Antwort 42 ist, dann kann auch die Frage groß und mysteriös sein. Am Schluss findet Johannes Karins Grab. Da kommen wir dann tatsächlich in so eine Form von Zeitgeschichte. Auschwitz klingt da irgendwie an, zumindest Polen und 42 und so. Da wirst du dann sehr klar historisch, aber ultra mysteriös. Sie ist nämlich mit sieben Jahren gestorben. Da wird der Film fast, sage ich mal, mutig, geschmacklos und ich weiß selber noch nicht ganz, was ich davon halte. Mir hat die Idee sehr gefallen, dass Johannes in einer Welt landet, wo anders, als wir vorher erfahren haben, dass seine Mutter gestorben sein soll, sie lebt noch. Diese Minna ist jetzt offenbar gestorben und in dieser Welt, in der er wieder auftaucht am Ende, nachdem er in dieser Anomalie da verschluckt wird, ist offensichtlich eine andere, in der er aufgewachsen ist. Die ist ähnlich, aber leicht verschoben. Und diese Frau, die er dann sucht, wirklich in so einer Vertigo-Manier, lebt nicht mehr in dieser Welt und ist als sieben Jahre gestorben. Und dann, also ich muss da jetzt weit ausholen. Ich weiß nicht, ob ich es schlussendlich legitimieren kann, weil man kann das total geschmacklos finden, dass da dann auch noch die Shoah so reingezogen wird, auch noch mit diesem Parallel, ich glaube, der Zeitrezensent fand das total furchtbar. Ich würde gerne mal mit dem sprechen, aber ich bin da auch nicht ganz fertig. Wir haben ganz viel Christian Kracht gelesen, da lernt man so eine andere Sicht. Respektlosigkeit. Ja, man lernt so eine Respektlosigkeit. Es gibt so dieses tolle Buch von ihm, Ich werde hier sein, im Sonnenschein und im Schatten. Da gibt es eine signifikante Abweichung in der Geschichte, die dazu führt, dass wir jetzt so eine Art Dritten Weltkrieg in der Schweiz erleben, wo alles ganz anders ist. Die Schweiz ist jetzt kommunistisch und so weiter und so fort. In diesem Film kommt auch die sowjetische Mondlandung vor. Das ist so ein Element. Und es ist natürlich... Die sowjetische Mondlandung ist, können wir jetzt nicht einfach in so einem Nebensatz abhaken. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, aber es kommt aus einem ähnlichen Gedanken, deswegen erwähne ich es. Und dass dann, wenn diese Frau in dieser Welt nicht gelebt hat und dass sie unter diesen Umständen gestorben ist, ist ja in unendlich vielen Welten zumindest eine denkbare Variante. Und dass dieser Film irgendwie von unverdauten, nie ganz richtig verabschiedeten Geistern der Geschichte handelt, war mir auch klar. Ich weiß nicht, ob ich das schlussendlich gut verteidigen kann. Also, das ist mir selber ein Rätsel, aber ich fand es doch richtig, weil... Ich habe dich nicht aufgefordert, das zu verteidigen, weil ich habe es gar nicht kritisiert. Ich fand es interessant. Also da ist ein Moment, wo auch mit den realhistorischen Bildern am Schluss, mit Willy Brandt und dann eben der sowjetischen Mondlandung, die es natürlich nicht gegeben hat. Nee, nee, ja, ja. Ich weiß nicht, wer Hamburg kennt, Februar 62, wo der Film spielt, da gab es auch eine große Sturmflut, die kommt in dieser Welt auch nicht vor. Es gibt ja so... Also höchstwahrscheinlich spielt dieser Film nicht in der gleichen Welt, die wir gerade bewohnen. Wäre so. Du hast es am Anfang schon gesagt, dass es sozusagen eine Rahmenhandlung ist. Ich habe jetzt die letzten 15 Minuten, die wir hier sitzen, darüber nachgedacht. Tatsächlich ist es ja sowas, dass beides mal eine medial vermittelte Welt entsteht. Einmal in dieser Fernsehwelt und dann irgendwann durch diesen Off-Text, der ja nicht nur ein Off-Text ist, nicht nur Dominik Graf ist, sondern auch noch im Konjunktiv oder im Irreal ist, um das genauer zu sagen, mit uns spricht. Das heißt, da wird noch mal was entrückt. Wie bist du da hingekommen? Zu diesem Off-Text und zu dieser konjunktivischen Sprache? Also das große Verdienstmensch Drehbuchautor in Roderick, der hat diesen Epilog Retefrü erfunden. Wir sind beide Chris Mackay-Fans, Truffaut-Fans. Das kann man ja wunderbar... Man kann auch diese Erich Kästner-Naivität, die der Film am Anfang hat, ganz wunderbar in diese Nouvelle-Vague-Ästhetik überführen. Das fühlte sich an wie so eine formale Entwicklungsreise, die der Film notwendigerweise haben müsste. Und gleichzeitig, also jetzt ganz narrativ gesprochen, der Film funktioniert ja weitestgehend wie so eine verkasperte Heldenreise. Wir haben so einen jungen Physiker, wir kennen das alle, der soll jetzt irgendwie Genie werden, das haben wir schon mal gesehen, der malt da jetzt so Formeln ans Fenster, tut er jetzt bei uns nicht, aber so. Es gibt die tiefste Höhle, aber es gibt keine Elixier. Genau, aber es gibt diese tiefste Höhle und bei manchen Menschen, oder ich glaube bei uns allen Menschen unbewusst, gibt es die Erwartung, da gibt es jetzt auch irgendwie eine Antwort. Und uns war ja leider klar, dass in einem Film, der von diesen wenigen, aber doch parallelen Welten handelt, es diese Antwort so einfach nicht geben kann. Und dass dieser Epilog auf einer nicht narrativen, aber hoffentlich Meta- oder höheren Ebene dann so eine Art von Abschluss bieten kann, die aber gleichzeitig im Konjunktiv sein muss, weil es gibt ja unendlich viele Enden dieser Geschichte und wir erzählen auf unsere Art mehrere Versionen davon, im Unterschied zu den meisten Filmen, die irgendwie ein Ende haben. Und diese Filme behaupten implizit, ja, dass das Schicksal irgendwie existiert. Also die sagen uns, das ist die eine wahre Version dieser Geschichte, die es jetzt lohnt zu erzählen. Und das hat ja auch seinen Wert sozusagen. Nur wenn man über das Multiversen-Zeug kurz nachdenkt, wird offenbar, es kann die eine wahre Version nicht geben, weil es unendlich viele Versionen gibt. Also muss man sich mit diesem Dilemma auseinandersetzen. Und genau das passiert. Wie viel hast du wirklich verstanden von der Quantenmechanik und der Heisenbergschen Unschärferelation? Genug und viel zu wenig. Also wir haben das nicht studiert. Es gibt ja so Leute, die das dann acht Jahre, die studieren in Physik. Das konnten wir uns jetzt nicht leisten. Ich glaube, ich bin ja auch zu doof. Aber man hat da so populärwissenschaftliche Bücher gelesen. Ich habe auch mit ein paar Physikern geredet, die meinen, ja, das kann man alles schon so sagen. Aber natürlich so dieser Übergang zwischen Welten, dass Personen jetzt durch ein Portal reisen, ist natürlich totaler Sci-Fi-Quatsch. Und das als Metapher zu benutzen, ist natürlich legitim. Und das war auch den Physikern, mit denen ich gesprochen habe, einleuchtend. Aber ich habe mir da so ihren Segen geholt. Und mir war auch wichtig, dass die Formeln, die man sieht, dass die nicht totaler Unsinn sind. Ach, die Formeln stimmen alle? Ja, die beziehen sich auf eine Doktorarbeit von einem Hugh Everett, dem Dritten, der unter John Wheeler 1958, glaube ich, promoviert hat. Und tatsächlich mehr oder weniger dieses Multiversen-Ding, wie wir das heute aus dem Marvel-Film kennen, mit erfunden hat. Das war eine mathematische Theorie. Ich will es nicht zu weit ausholen. Ich bewege mich da auch wieder in gefährliches Halbwissen. Aber diese Arbeit wurde damals wirklich geflissentlich ignoriert. Die wurde Nils Bohr vorgelegt. Der wollte damit nichts zu tun haben. Der fand das alles zu spekulativ. Also die Formeln und manche Begriffe aus dieser Johannes-Arbeit sind direkt da raus, sozusagen. Und erst in den 80er-Jahren, als der Hugh Everett an Alkoholismus gestorben war, wurde seine Arbeit posthum berühmt. Und wurde als zumindest mathematische Erklärung legitimiert. Zumindest im US-Raum wird das bis heute als eine Möglichkeit behandelt, was der da geschrieben hat. Ich finde das gerade auf einen Filmemacher bezogen, die Heisenbergsche Unschärferelation, die ja besagt, dass der Gegenstand, den man beobachtet, sich durch die Beobachtung verändert, was ja für den Filmemacher auch gilt. Eine Frage noch. Gibt es ein drittes Projekt mit einem Nachkommen der Familie Lehnert? Ja, auch den werden wir so machen, dass der sicher nicht voraussetzt, dass man diesen Film jetzt gesehen hat. Es wird ja am Ende gesagt, er würde am Ende sterben, nicht wissend, dass sein Roman zu einem internationalen Kulte avancieren würde. Ich glaube, unser Gedanke ist so ein bisschen, wir sind noch in den Anfängen, da könnte sich so eine merkwürdige Sekte bilden um sein Buch, um sein Roman, der ja auch so eine Art missverstandenes Produkt ist. Und der Film soll 1997 spielen und diesmal wird seine Tochter die Hauptfigur sein. Es ist wieder in Farbe, diesmal. Aber wir brauchen bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre, um das zu machen. Ich bin so langsam. Naja, wir sind geduldig und wir verfolgen auch die Karrieren unserer Gäste. Also ich kann nur sagen, der Hale-Bob-Komet kommt vor. Das war ja 1997, der fast auf die Erde getroffen. Der Film heißt Das letzte Radio und mehr weiß ich selber noch. Aber das ist aber schon ziemlich viel. Nein. Jetzt sind Sie dran. Sie könnten gerne Ihre Fragen stellen, sofern Sie noch welche haben. Genau, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Muss auch keine Frage sein. Ja, ich ganz oben natürlich die erste. Kein Problem, ein bisschen Sport. Hallo, kann man vielleicht mal erfahren, wie der Film in Venedig von der Jury aufgenommen wurde? Für die Jury kann ich nicht sprechen. Die besteht ja aus Filmemachern und SchauspielerInnen und so. Da haben wir ja kein fertiges Urteil bekommen, nur keinen Preis erhalten. Das Auswahlkomitee, darüber kann ich, glaube ich, mehr sagen, für die hätte dieser Film, glaube ich, so eine gewisse kulturelle Nische erfüllt oder so eine Art deutscher Film, den man selten sieht. Das haben wir jetzt nicht... Was? Ja, ja, aber man kann über den Film sagen, der ist sehr untypisch für Deutschland und dann doch sehr deutsch. Ich glaube, irgendwie sowas hat die daran interessiert. Und es ging mir schon länger so, dass man sich von den Italienern, die sind ja auch aus der Szene viele Menschen, die haben so bunte Brillen, mögen Spielberg wie Antonioni und irgendwie verstehen die besser, was man macht, als so die Deutschen. Das kommt irgendwie... Aber da kannst du vielleicht noch einhaken, bei Zerrumpelt Herz war es ja auch so, dass du dann doch einige Mal in Italien eingeladen wurdest. Haben die Italiener einen anderen Zugang zu dieser Art Film, die du machst? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das hat sicher kulturhysterische... historische Gründe? Nein, historische Gründe. Ich kann die unmöglich herbeikonstruieren. Ich glaube, es gibt so ein... Also bei meinem letzten Film, der ja 1929 spielt, gab es dezidiert so einen Dr. Faustus-Kulturnischen-Ding, glaube ich, wo der so reingepasst hat. So Filme aus einem Deutschland, das nicht mehr existiert. Irgendwie so... Das hat so was Verfallenes, Nostalgisches, glaube ich. Und solange wir davon profitieren können, umso besser... Nein, also der Film ist ja einer, der in die Vergangenheit schaut, um die Gegenwart zu verstehen, würde ich sagen. Es ist nicht nur reaktionär, nostalgisch gemeint. Ja, ist auch spannend, weil Edgar Reitz, den du auch erwähnt hast, der ist auch in Italien erfolgreicher als in Deutschland. Gibt es weitere Fragen? Oder Kommentare? Ja, wieder ganz oben. Danke. Mich würde interessieren, was mögen Sie persönlich an Ihrem Film, die Theorie von allem? Also der Film ist natürlich nicht ganz so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, aber er ist schon so 80 Prozent so geworden, was schon ein für mich berührendes Ergebnis ist. Ich finde die Musik ganz toll. Also das Projekt ist für mich voll aufgegangen. Ja, was soll man sagen? Also was ich relativ schön finde an dem Film, ist, dass er, und das ist gleichzeitig das Frustrierende daran, dass er so eine, dass er verweigert, so eine richtige Haltung einzunehmen. Also der ist einerseits bierernst, andererseits selbstironisch, hoffe ich, auch in seiner weltanschaulichen Haltung, irgendwo so zwischen esoterischem Schicksalsgemurmel und so rationaler Skepsis. Es könnte auch sein, dass wir in einem Universum leben, dem wir voll egal sind, dass kein Gott und kein Schicksal existiert. Und ich finde dieses, eine Antwort schuldig bleiben und auch eine Haltung schuldig bleiben, ist etwas, was das Kino sich erlauben darf und soll. Und das finde ich relativ gelungen in diesem Film. Das ist sicherlich Geschmackssache, aber für mich persönlich ist das ein gelungener Aspekt. Muss auch keine Frage sein. Es ist immer noch spannend für Tim zu hören, wie es ihm gefallen hat. Oder auch nicht. Noch einfach Boo sagen. Boo. Ansonsten, ich habe noch eine, also wir haben noch mehrere Fragen, aber was du vorhin uns auch noch mal ein bisschen erzählt hast, so im Vorgespräch, du hast nicht nur in Ludwigsburg studiert, sondern vorher auch noch in Dänemark an einer Filmhochschule. Und ich finde das ganz spannend, was du da so mitgenommen hast, auch wie du es erzählt hast, da haben deine Augen sehr geleuchtet, von dieser Zeit zu sprechen. Ist das nochmal jetzt auch so rückblickend vielleicht ein ganz wichtiger Einfluss, der eben auch so eine andere Erzählhaltung, der doch ein sehr anderer deutscher Film, den du jetzt hier geschaffen hast, mitbewirkt hat? Ja, bestimmt. Also ich glaube, für Deutsche ist es immer gut, sich nicht in Deutschland aufzuhalten. Nicht immer, aber nicht, also manchmal im Leben tut das gut. Ich kam eben vom Land, hatte so kaum Film-Peer-Group, eben nicht so viele Leute, mit denen ich darüber sprechen konnte. Und dann kam ich nach Dänemark, das hieß European Film College, existiert bis heute, wo so ein Acht-Monats-Kurs angeboten wird, wo man wie so eine Art Film-Hogwarts aus Harry Potter reingeht. Es gibt auch tatsächlich vier Häuser mit vier Farben und dann gibt es so Putzdienste und also Uniformen gibt es nicht, aber man ist da so gefangen. Außer Weihnachten fährt man nicht nach Hause und guckt Filme und macht Filme. Und das war fantastisch, da so umgeben zu sein. Und da kamen Regisseure zu Besuch, Jan Haaland, Kubricks Schwager kam zu Besuch, Edgar Reitz kam auch zu Besuch. Wir hatten filmhistorischen Unterricht und auch der Geschmack der Studierenden war total eklektisch. Also da gab es Godard-Fans und Michael Bay-Fans und alle konnten sich die Kinostunden untereinander aufteilen. Also wir haben da wirklich von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr morgens dann Filme geschaut und das muss man mögen, aber es war ein Traumort, ja. Der existiert bis heute. Wer jung ist und Film studieren möchte, kann da hingehen. In ein kleines Kaff namens Ebeltoft an der Ostsee heißt das. Toller Tipp, Dankeschön. Gibt es noch was? Also ich wollte auf keinen Fall Buh sagen zu dem Film. Ich fand den Film sehr gut und gerade auch, weil er so intellektuell anregend ist. Aber nicht durch intellektuelle Anspielungen oder irgendwelche Ausdrücke, dass man gesagt bekommt, was man denken soll, sondern durch so Emotionalisierung. Also ich fand die Musik durch Bernd Herrmann bringt einen auf Hitchcock. Die Heldin ist nur das Gegenteil von der Hitchcock-Heldin, die ist dunkelhaarig und es gibt so viele verschiedene andere Dinge, so Assoziationen werden freigesetzt. Ob daraus nachher eine Kette entsteht, bei mir ist eine ganze Menge entstanden, aber ich kann den Film auch nicht erklären. Aber es sind großartige Sachen drin. Diese beiden Kommissare, die treten immer auf wie die sprichwörtlichen Gehilfen bei Kafka, die immer zu den Paarweise kommen und völlig irritieren und sich nie legitimieren und immer nur ganz wichtig auftreten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Anspielung bei Ihnen war, die Sie auch dachten beim Filmdreh. Also wir haben den Film mal gepitcht als quantenmechanischen Thriller. Hitchcock trifft auf Lynch. Privat habe ich dann immer gesagt, nee, das ist eigentlich Indiana Jones mit Kafka-Elementen sozusagen. Aber auch so eine deutsche, verklemmte, mysteriöse Art. Und Tim und Struppi ist auch dabei, was die Kommissare angeht. Ja, ja, Susi und Johnny sind dabei auch. Und ja, Johnny und Johannes parallel und die anderen beiden auch. Also ich fand es sehr ansprechend. Dankeschön. Gibt es noch was von Ihrer Seite? Ansonsten, ich habe auch eine Frage, die natürlich in dieser Reihe, die eine Frage im Titel trägt, natürlich immer auf der Agenda, nämlich was tut sich im deutschen Film? Das ist eine sehr große Frage, lieber Tim. Aber mich würde es natürlich interessieren, zum einen, wie blickst du da drauf? Empfindest du dich überhaupt als zugehörig, wenn alle sagen, das ist ein sehr undeutscher Film? Und gibt es da Verbündete, wo du sagst, ich meine jetzt Dominik Graf ist vielleicht nicht ganz zufällig hier die Sprecherstimme. Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie du die deutsche Filmelandschaft so einschätzt? Ich bin schon so ein Biedermeier-Typ, der sich so zu Hause eingräbt. Ich bin kein Networker, ein schüchterner Mensch bin ich. Habe mich auch nie begriffen, als jetzt Teil der, was auch immer, des deutschen Films. Notwendigerweise sind wir und ich das natürlich, aber ich habe ja auch Mitstreiter, viele davon sind aus Ludwigsburg, die ganz elementar an diesem Film mitgeholfen haben, den über die Jahre mit ihren eigenen Lebensopfern zu erstellen geholfen haben. Und wir sind da so ein bisschen unsere eigene kleine eingegrabene Gruppe und dass der Film jetzt so einigermaßen groß lief, hatten wir jetzt nicht unbedingt erwartet. Also ganz blöd gesagt, ich habe den Film gemacht, weil ich den selber gerne sehen wollte. Und dass dann andere Leute den auch noch sehen können, ist ein toller Nebeneffekt. Und große filmpolitische Gedanken habe ich jetzt noch nicht. Also ich nehme natürlich eine Bar, was in Deutschland so entsteht. Ich hätte auch nicht erwartet, dass wir so komplett mehr oder weniger durchgefördert werden mit diesem Film. Das haben wir, glaube ich, erreicht durch sehr sorgfältige Arbeit, was die Einreichung angeht. Wir haben da halt sehr viel Liebe reingesteckt und irgendwie war allen Geldgebern klar, wie dieser Film zu behandeln, zu verstehen ist. Und die haben dann irgendwie geglaubt, da wird schon was Okayes dabei rauskommen. Da gehört aber auch ganz viel Glück dazu. Und natürlich in dem Bewusstsein, dass so ein ähnliches Projekt in Deutschland länger nicht entstanden ist. Das war aber für mich auch ein Reiz, das zu machen. Eben, wie gesagt, ein Film, den ich gerne sehen wollte. Und man darf sich, glaube ich, nicht so beschränkt fühlen von so diesen ganz langweiligen Realitas. Vielleicht daran anknüpfen, du hast vorhin auch gesagt, du bist auch am Set eher so ein ruhiger Typ. Das ist ja was, gerade in den Diskussionen, die wir so mitkriegen, wo wir viel von Machtgefälle und Schreiereien und sonstigen Ausbrüchen von Regie-Schaffenden hören. Doch was anderes. Magst du, ist das eine bewusste Entscheidung? Willst du anders Filme machen, als es vielleicht bisher Usus war? Ich glaube, das passiert so, das ist auch so ein Generationswechsel. Leute wollen weniger Überstunden machen, wollen besser dafür bezahlt werden. Aber tatsächlich, um auf der Zeit zu beantworten, ein paar Leute waren bei mir am Set, ganz tolle Mitarbeiter, so aus der Requisite und die meinten so, oh Tim, wie hast du das gemacht? Du hast nicht einmal geschrien am Set. Und ich dachte so, aha, muss man schreien am Set? Also ich war, ich war ganz wenig an so deutschen Profi-Filmsets, habe so viel Studentenfilme gemacht. Ganz früher war ich bei Tilschweiger und bei Bulli Herbig mal ein paar Tage dabei. Das war schon eine andere Welt, wo ich dachte, ah, vielleicht hätte ich mir eine andere Kunstform aussuchen sollen. Ich fühle mich hier nicht so ganz wohl, was meine Mentalität angeht. Und dann habe ich das einfach ignoriert und weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, wenn man sich da so eingräbt und dann selber so diesen Film macht. Wir hatten eben das Glück, finanziert zu sein und mit tollen Leuten zu arbeiten und da war nie ein Geschrei nötig. Und ich wüsste auch nicht, warum das so sein muss. Ich kann mir vorstellen, dass es nervige Bedingungen gibt, wo man so eine Hierarchie unbedingt herstellen muss. Aber wenn man gute Leute hat, soll man die nicht anschreien. Und das kann ich auch gar nicht, glaubwürdigerweise. Ich finde das einen tollen Weg. Danke, dass du das so beschreitest. Ich gucke noch einmal in den Saal, aber da tut sich nichts, außer, dass sich Menschen Jacken gleich anziehen wollen. Deswegen, bevor das passiert, und wir dir danken, erst mal noch Werbung. Die Reihe geht natürlich im nächsten Monat weiter mit einem ganz wunderbaren Film, Dead Girls Dancing, ein Abschlussfilm von der HFF München, der es geschafft hat, auch das ein völliges Unikum, in Tribeca beim New Yorker Film Festival, auch eines der wichtigsten, die Premiere zu haben und gleichzeitig eine geteilte Premiere beim Filmfest München. Das hat es in der Form auch noch nicht gegeben, noch für gar keinen Film. Das freut uns sehr. Anna Roller wird dann kommen und das wird ganz passend im Januar, wenn wir uns nach Italien und Hitze sehnen. Da geht es auf einen Roadtrip nach Italien von drei jungen Mädels, die da allerlei durchaus auch Surreales erleben und vielleicht passt das ganz gut. Aber jetzt erst mal einen riesigen Dank. Ihr habt uns diesen wunderbaren Film Diego eingeschlossen hier mit nach Frankfurt gebracht. Großen Applaus, Tim Kröger, Diego Ramos-Rodriguez. Viel Erfolg weiterhin, die Theorie von allem. Und danke auch Ulrich Sonnenschein für das schöne Gespräch. Kommen Sie gut nach Hause. Schöne Weihnachten.